hallöchen liebe youtuber einen wunderschönen guten morgen guten mittag oder guten nachmittag ich habe gestern mal einen klassiker geschaut damals auf dem schulhof ja damals gab es noch keine handys aus den jahren 1998 haben wir alle über das original gesprochen und gestern hatte ich mir tatsächlich mal bock gehabt mir der ring oder ring das original anzugucken da ich ja diese box schon seit zwei jahren in meinem zimmer habe und ich mich da immer nicht dran getraut habe gestern habe ich dann endlich mal the ring oder ring 0 birthday habe ich zuerst geguckt aber heute sprechen wir über den ersten teil ich höre hier schon wieder oder stärke jetzt gleich hinter mir aus dem brunnen raus ja ja ein mysteriöses video schockiert alle kinder in einer schule und man sieht quasi zwei freundinnen die denn zu hause sind und sie tuscheln denn ja ich habe ein video gesehen das video ist ja in aller munde es war ja so strange und da sprechen alle drüber und ja da gab es denn mysteriöse mordfälle und eine gruselige frau steigt er quasi aus dem brunnen und ja ja diese werden aber sowas von erschreckt dass sie dabei sterben und bei drauf gehen und eine reporterin mit ihrem sohn also da würde ich jetzt echt mal das jugendamt gerne mal hinschicken weil was die da mit ihrem sohn macht finde ich ehrlich gesagt würde hier in deutschland als vernachlässigung durchgehen würde da wahrscheinlich auch weil das kind sich selbst verpflegen muss ja ja ich hab dir da essen ja kannst du den selber in der mikrowelle warm machen ja vielleicht macht sich der der junge wahrscheinlich selbst in der mikrowelle warm oder was sorgt schon für empörung also jetzt hier so für die deutschen zuschauer also das ist so weil wir hier in deutschland so ja auf jeden fall die ermittelt denn und fragt so eine gruppe jugendliche ganz zu anfangen ja die sind da quasi auf der beerdigung oder ja warum musste sie denn so früh sterben ja sie sind dann da so und ja die spricht dann so mit dem kiddies und die sind dann sowohl mit mit kopf runter ja wir wissen gar nicht was da so wirklich passiert ist und ja was man aber sagen muss dass es dass der film sehr gut synchronisiert ist die schauspieler sind sehr gut und natürlich kann es dann die die journalistin auch nicht sein lassen und schaut sich dann nachher auch noch das video an was ein fataler fehler ist weil in binnen sieben tage jeder stirbt der sich dieses video anschaut ich muss sagen der film hat mich tatsächlich ein bisschen geschockt ich werde doch hier noch mal ein paar bilder einblenden von dem film also es wird dann immer dann so ja montag dienstag mittwoch na und dann bin in sieben tage da wird dann immer dann schön die uhrzeit eingeblendet und mit den japanischen schriftzeichen und da wird dann auch immer ein gruseliger soundtrack über diesen ganzen film gezogen der mir sehr sehr gut gefällt damals 1998 glaube ich schon dass der film viele leute verstört hat weil es mal was anderes war welcher der film gut unterhalten was kann ich denn jetzt noch zu sehen dem film sagen auf jeden fall sie macht eine kopie der kassette und sie schaut sich den mit ihren ja mit ihrem freund an oder ex freund oder ich weiß nicht wer das ist und die gucken sich dann die kopie an nachher bringt sie ihren sohn noch weg weil sie denn nachher weg muss und ja wie gesagt der sohn guckt sich dann auch dieses video an was sehr sehr strange ist die sind ja bei ihrem opa oder so und mitten in der nacht wacht sie auf und der sohn sitzt vorm röhren fernseher und guckt sich das an ich so war schon cool gemacht dann kommt denn nachher der plot twist und der ist ja naja ne ein mädchen mit übersinnlichen fähigkeiten ja sieht denn quasi einen vulkanausbruch auf einer insel darauf wird wird sie denn quasi von von kamera leuten irgendwie ist das da das das gefundene fressen die wollen das halt auf videokamera und diese schwester hat ja noch diese andere böse schwester die böse fähigkeiten hat der ganze raum ist voll und sie stellen ihr dann fragen was denn wahr ist und es stellt sich dann wirklich denn alles der eine steht denn auf das ist doch alles hokus pokus hier und dann kommt da quasi ihre schwester da und ja der typ der erschreckt sich für's thumbnail nachher und ja ist dann halt tot und ihre schwester wird dann quasi von ihrem vater in den brunnen gestoßen so wo sie denn jämmerlich verreckt ist und die haben das dann halt rausgefunden sie hat dann aber halt auch nicht mehr so viel zeit fährt denn hin zu diesem besagten gebäude unter einem haus ist dann plötzlich dieser brunnen natürlich und da die beiden versuchen halt den brunnen leer zu schaufeln mit 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 was heißt es jetzt noch mit eimern ja was sie denn auch schaffen sie finden sie denn nachher auch unten im brunnen die haare sind komischerweise noch da ist das nicht so dass die haare zuerst vergammeln und dann weil die ihre haare die waren nur noch über ihren skelettierten kopf die 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 augen waren schon weggegammelt es war sehr sehr eklig weil da eine gelbe flüssigkeit raus kam und ja dann scheint der fluch 1 eigentlich gebannt zu sein ja denkt man bis auf den plot twist von ganz zum schluss ist schon ja ihr kollege schafft es dann halt nicht mehr aber wer den film damals gesehen hat kann ja noch mal feedback unterschreiben also es wird jetzt auch für ring das original jetzt separate videos geben auch über ring birthday der ring 0 wird es auch ein separates video geben das möchte ich jetzt nicht zusammen machen und wie gesagt 1998 in echter schocker heutzutage ein bisschen angestaubt aber durchaus gruselige faktoren auch ein bisschen jumpscare effekte die in meinen augen auch schon ein wenig angestaubt sind ja mein fazit richtig gut ich würde jetzt ja eine eine 6 würde ich vielleicht geben von 10 ja jetzt gibt es ja noch diesen ring 2 und ring irgendwas ja muss ich denn noch mal gucken ich habe ja diese diese vierer dvd box die blu-rays einzelne blu-rays ich habe da jetzt mal auf ebay geguckt 50 euro für ring original als blu-ray ihr kauft euch die ganze box für 19 euro 99 da seid ihr wenigstens billiger mit dran ja gut das war das video ich hoffe euch hat das video spaß gebracht und bis zum nächsten mal euer flugmarkt master und bis zum nächsten mal